Guraksha-Sanabandha ist die geschlossene Guraksha-Stellung, die ähnlich ist wie Bhattra-Sanah bzw. Bhattakonasana. Ausgangsposition, langsetzt, von hier beuge die Knie und gib die Fußsohlen zusammen und die Knie nach außen. Dann kannst du mit den Ellbogen die Waden oder Oberschenkel nach unten drücken und im Laufe der Zeit gelingt es dir irgendwann auch die Knie ganz nach unten zu bringen. Guraksha-Sanabandha hilft die Hüftflexibilität zu erlangen, um irgendwann den Lotus gut zu können. Guraksha-Sanabandha hilft auch die Energie im Becken und in den unteren beiden Chakren zu aktivieren. Guraksha-Sanabandha ist auch eine gute Übung, um nach vorne offen zu sein und dich mit der Erde zu verbinden. Guraksha-Sanabandhaar-Sanabandhaar-Sanabandhaar-Sanabandhaar-Es circa 10 bis 9 bis 20 bis 12 bis 19 bis 12 bis 18 bis 21 bis 21 bis 29 bis 22 bis 21 bis 22 bis 21 bis 20 bis 22 bis 28 bis 23 bis 22 bis 22 bis 23 bis 22 bis 23 bis 22 bische mit den Waden. felt decken wir enterprises indem Du hier ein hierher Monk-Anasabandhaar, um hireng Taş-Hehir Honig-gehen. H Ooh-Naxin-Fa-Hein Mile-елов, das触ra rushen wir im Blaspen, in der Shim-Anasabandhaar-G earning das ét wash.